Ich wollte schon immer ans Theater. Für mich ist es eine Berufung. Ich lebe meinen Traum, den ich schon als Kind verfolgt habe. Und so habe ich ja gewissermaßen mein Hobby zum Beruf gemacht, worauf ich jeden Tag aufs neue Stolz bin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.